May I introduce... Oh, my name is Sora. Well, I'm Goofy. Pleasure, ma'am. Sora, Donald and Goofy. It's nice to meet you too. I'm Rapunzel. Das sieht nach Rapunzel aus. Rapunzel, Rapunzel! Lass sein Haar herun da. So. Sagen, Abfahrt, oder? Der Sound ist nicht zu laut. Bei mir geht er tatsächlich. Ah, wir nehmen hier diese Anfängerkarre, damit geht er los. Ja, aufbrechen, ne? Abfahrt. Anfänger. Wieso? Abfänger. So, Abfahrt. Ja, war's. Wieso? Die? Ich habe sie in den Weg mit Bakterien gesetzt. Das ist ja nicht. Wieso? Knopf und das fühlt sich so langsam an wie er sich so bewegt jetzt oder irgendwie als wenn er noch so ein Schub geht so einer so also so wäre doch normal das Tempo aber das ist der extra Turbo Knopf können wir nicht immer ist es jetzt schlauer hier längst zu fliegen ich habe keine Ahnung so ein Kingdom Hearts Film hätte auch komplett Stil oder schnell hoch hier oh nein da will ich gar nicht rein weiß auch nicht was das ist jetzt wieder umdrehen oh nein so gegen fliegen scheiße ich doch mit Donnern da irgendwo voll gegen ja genau dafür haben wir jetzt doch gedreht jetzt hier wieder runter da nicht noch mal rein fliegen was auch immer das soll was also wem bringt das was das wäre ja Zufall dass das Ding auftaucht wenn man gerade sagt nein die fliege ich gerade komplett in die falsche Richtung ach nein ich bin in unseren Bossfight reingekommen was ist was ist diese was ist oh lol oh der verballert uns aber jetzt die ganze Zeit so eine Dinger loslässt sieht ein bisschen aus wie so eine Papierflugzeug oder oder bin ich jetzt der einzige der sich daran so was da drinnen sieht in diesen Dingern und ich bin nicht der einzige da drinnen muss man jetzt hier auf die hier rauf was ist das für ein laser das ist ja eine mega laser wo er hat noch er noch eine millionen leben das kann nicht sein oder er hat noch richtig viel live man warum bin ich denn da reingeflogen dich nervig man kann man denn da unten jetzt auch weg ballern oder nicht er hat ja wirklich alles weg ja und so kann man bestimmt nicht treffen wenn er vorne geschlossen ist jetzt macht er wieder wenn ich ja ich habe keinen bock mehr auf den mist hier aber nicht raus kampfabbrechen nice ich will doch nur ankommen am ziel bei rapunzel diese welt landen nicht jetzt auf geht's würde gerne sagen auf geht's aber ich habe die stecker von meinem kontor verloren ok auf geht's scheiße kommt jetzt ja noch mal ein boss bei dem ich sogar gewinnen muss da sehe ich mich nicht doch dass man hier auch x drücken muss ich habe die verbindung zum kontroller verloren sehe ich nicht die Die Welt der outside ist ein gefährliches Ort. Du musst hier bleiben, wo du sicher bist. Du verstehst, Flower? Die Welt der outside ist ein gefährliches Ort. Sie sind nur auf meinem Geburtstag. Und ich kann es nicht helfen, dass sie... sie sind für mich. Ich muss sie sehen. Und nicht nur von meiner Fenster. In Person. Ich muss wissen, was sie sind. Und... Gute Tag. Ja. Heute nur ein bisschen andere Aufnahme. Und zwar, ähm, ja eigentlich schon die letzte hochgeladene, ähm. Why do you think we can hear? Got me, Donald. We'll figure it out as we go. Okay. I'm sure we were brought to this world for some good reason. But can't we sweat it later? Fine with me, as well as there's no hardness. Was schreist denn so laut? Oh, Heartless! You see? Soon as you mention them, they show up. There goes our picnic. I'll get through it. It's okay. Let's send these guys packing. Say, since you three seem to know what you're doing, mind if I leave this one to you? Yep. We'll take care of them. Go on, skedaddle. You have my thanks. Whew. The horse was enough. Don't need any monsters on my trail. Yeah, what? What's that name? Oh, nothing. Nothing. Name's Flynn, Flynn Rider. Oh, watch out. They look mad. Slowly. Slowly. Out of here. Okay. Ja, ich versuche mal bei den Einspielern eigentlich immer jetzt ab sofort komplett die Fresse zu halten. Einfach damit man so schön in den Einspielern drinne ist, finde ich es geiler. Ich finde dann immer, auch bei anderen Let's Plays, wenn die dann nebenbei reden, dann holt er das immer komplett raus. Außer ich müsste die Stimme von Donut haben, dann wird es gehen, glaube ich. Ja, aber ich glaube, das wäre längst mehr. Kommt da schon dran an den Lachen oder nicht? Auch gut, kurz vorm Ende des Kampfes, ähm, für eine Raketenzug zu machen. Okay, kommt das Schild. Uhuhu. So geil, dass er das Sperten kann, ne? Kommt halt anders, doll. Oh oh. Ich weiß immer noch nicht, ob er das einfach so macht oder ob ich da irgendwie was drücken muss. Ich glaube, bis auf X muss ich hier nämlich nichts drücken. Huh? Where'd Flynn go? He's the dead man. I think I saw him go that-a-way. Huh? But that-a-way is just a dead end. Yeah! That's puzzling. der wald Ich könnte es aber wiederum ein bisschen lauter eigentlich, ne? So, vielleicht? Wo müssen wir hin? Stimmt, da oben. Das sah erst aus wie eine Höhle. Biss keine Hölle. Biss nicht, Mann. Ohne Kiste nehmen wir mit. Uh, Gibi. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Wer ist hier? Höhle. Höhle sehe ich. Sind Mob wahrscheinlich. Jetzt ein klassischer. Der hält anders an der Stelle. Jetzt konnte ich total, äh, fettig. Aber dann brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Weiß brauchen wir nicht. Weiß brauchen wir nicht. Nächster Einspieler. Ich könnte es hierher kommen. Hm? Na, zumindest ist er sicher. Genau? Cool. Hey! Now Sora's gone, too! This way, guys! It's a secret passage! This way, guys! Oh... Oh... Wie geht's? How are you doing? The name's Flynn Rider. How's your day going? Huh? Who else knows my location, Flynn Rider? All right, hang on, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a... Oh? Oh, no, no. No, 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 no! Where is my satchel? I've hidden it. Somewhere you'll never find it. So, what do you want with my hair? To cut it? Sell it? No! Wait, you don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased, I saw a tower, I climbed it, okay? End of story. Hmm? Okay, Flynn Rider. I'm prepared to offer you a deal. A deal? Look this way. Do you know what these are? You mean the lantern thing that I do for the princess? Lanterns? I knew they weren't stars. Well, tomorrow evening they will light the night sky with these lanterns. You will act as my guide, take me to these lanterns, and return me home safely. Then, and only then, will I return your satchel to you. That is my deal. Yeah, no can do. Unfortunately, the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment, so I won't be taking you anywhere. Something brought you here, Flynn Rider. Call it what you will, fate, destiny. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. I am serious. Who? Let me get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home. Then you give me back my satchel? I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it. The three guys and the funny outfits. They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take you. But on one condition. My three sidekicks, come along. Look at that. A tower. Let's check it out. Erstmal speichern. Oh ja, jetzt weiß ich auch, kann ich mich wieder ein bisschen an die Welt hier erinnern. Ich glaube, es ist die vorletzte Welt, die ich empfange. Die letzte Welt, wo ich war, war, glaube ich, die Monster-AG-Welt. Und danach habe ich den dritten Teil aufgehört. Von Gott, wo ich bin. Ich bin. Von Gott. Und ich bin. Wundern. Ich bin. Ich bin. Und ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wenn ich sogar. Ich bin. Ich bin. Es ist so leicht. Ich bin frei. Ich bin wirklich frei. Flynn! Schön, dass du in einem Schrauben sehen kannst. Huh? Leute! Du bist hier und gerade in Zeit. Wer ist sie? Ah, das wäre Rapunzel. Was sagt mir, dass es ihr erste Mal im Outdorben wäre. Gib sie ein paar Minuten, um es zu verwendet. Erstmal? Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe! Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe! Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe! Was ist das? Meine Mutter wäre so furchtig, wenn sie weiß, dass ich sie verabschiedet habe und verabschiede die Tower. Aber das ist okay. Ich meine, was sie nicht wissen, wird sie nicht töten. Right? Oh mein Gott! Das würde sie töten. Das ist so fun! Schwein! Ich bin eine Schrauben. Ich bin eine Schrauben. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich gehe nie zurück! Ich bin ein vertraber humaner Mensch. Ich weiß, dass du ein bisschen aufwärts mit dir bist. Ein bisschen mehr als ein bisschen. Mehr als ein Lot. Ja. Stopp da! Wer bist du? Ich habe dir schon gesagt, meine Sidekicks. Sidekicks? May I introduce... Oh, mein Name ist Sora. Ich bin Goofy. Pleasure, ma'am. Sora, Donald, und Goofy. Es ist schön, dass du dich auch treffen. Ich bin Rapunzel. Ja, meine Sidekicks. Seit wann ist das? Look, sie wirklich will sie sehen die Lantern Show tomorrow night. Now, ich bin ein guter Mann, also habe ich versucht, sie zu helfen. Nur das Problem ist, dass diese Monster wiedersehen kann. Ich kann sie in der Kingdom, aber sie sind sicherlich mehr für die Kampf. Das ist das, dass wir heros sind. Ja. Und wir sind Experten heartless. Ja, ja. Ja! Ja, einfach es zu uns. Duh! Wabunso ist interessiert? Ja, ihr Herz ist in aller verschiedenen Art. Huh? Der Welt der外er muss sich so groß und schrecklich sein. Ich weiß, wie sie fühlt. Glücklich für mich, dass ihr zwei zusammengekommen seid. Und das Rest hat nicht vergessen. Ja, nicht vergessen. Just wie dein Gesicht. Komm her, Mel. All for one and one for all. Mega der Witz gewesen. Ich hab heute gelacht. Wow, wie sie die Strecke machen direkt. Will jetzt hier aufweben. Hallo, hallo, hallo. Hass, da wird Hass aufpflanzen. Nimm mich. Okay, und was passiert jetzt hier? Das ist auch normal für die Pflanzen, ne? Ja, das ist auch normal. Ja, gibt sogar Leute, die baden in solchen Sachen hier. Überleg dir das mal Rapunzel. Überleg dir das mal. Die Außerirdische Welt ist noch besser als ich träumte. Der ist mir aber rausgefloppt. Oh, was ist das denn? Ist das ein Schaf? Schau! Was ist das? Es ist so fluffig! Oh, was ist das? Heartless! Rapunzel, take cover! All right, I hate to say it, but I'm letting you out of this deal. What? It's way too scary out here. Let's just turn around and take you home. No, I am seeing those lanterns. Oh, come on! Rapunzel? It's okay. I'm not afraid to face them. Hm? Was willst du machen jetzt? Erstecken mit deinen Haaren oder was? Juhu! Alter, was sind das für Viecher? Alter, was sind das für Viecher? Und warum ist Rapunzel so mega stark? Wurde das gelegert. Fragen über Fragen. Und ich kann's nicht sagen. Warum kommen wir hier denn immer wieder neue? Und was ist denn da schon wieder für dieses kettes Viech? Oh, was ist denn da schon wieder so ein Schaf? Oder so ein Viech in der Schafsmüze? Also es ist eine Mischung aus Schaf, Löwenzahn, definitiv ist da drinne. Und, ähm, das Schwarze, ne? Und Oliven. Was hier gekommen ist? Haben wir es geschafft nochmal? Oh, nochmal 2 tickel? Ich verarschen. ja ich bin gar nicht mehr auf dem boden auch eine rede ist so scheiße der volle entwehre geschossen es ist ob es irgendwas ist wenn er drauf geht dass er dann noch weiterlebt und Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 einer also weiß ich nicht ja ich habe mich doch hier spaß ist besser dass ich mein leben so spritzen wir sie mal nur zweideutig ist doch jetzt aber auch ich habe es doch jetzt getroffen oder nicht getroffen jetzt sind wir aber hier fertig mit spielen oder was würde ich noch mal gerne ein bisschen nach spritzen muss ich was ganz ehrlich sagen oder was wenn dieser rumsteckt deswegen ist die städte weg macht hälfte ich mir da beziehungsweise wahrscheinlich und gut die bomber und ein spritzfahrt ja das ist schon alle besiegt haben hier aber auch tschüss wette das morgen werden kann das verkündet ich habe leider noch mal noch ein bisschen noch was ich zu tun hatte und um die Kugel zu erledigen. Achso, ja jetzt, ich weiß, wie das geht. Um, 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 um. Der Trick bei so einer Genauigkeitsdingern ist es, einfach immer bisschen früher zu drücken. Gegen Reaktionszeit von Menschlichem Kapital und so einen Scheiß. Und Konterschild auch noch mal aktivieren. Wir haben einfach keine Chance. Juhu. Ich bin auch keine Damen hier drauf. Die Ehre. Schnell noch mal ein bisschen weiter, dass wir vielleicht mit der nächsten Ad-Gruppe hier noch das Finale aktivieren können. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Was ist, dass ich aufbord, 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 aufbord. Abbord, abbord, abbord. Schnell erstmal die Karussell nochmal mitnehmen. Kann das sein, dass es gerade in die falsche Richtung läuft? Ich kann weinen, ne? Oh, ich will das mal. Oh nein, ich greif gedrückt. Oh, scheiße. Dreh ab, ey. Jetzt weiß ich safe nicht in welche Richtung. Ich fähr hier links. Ja, der Wald ist schon mit eines der schönsten Gegenden, sag ich mal, in der Natur. Deswegen hat sie natürlich auch Glück gehabt, ne? Dass sie direkt sowas sieht. Oh, Rapunzel. Don't worry. Ich weiß, dass ich vorsichtig sind. Was es ist, ist nicht normal. Ich zeige mich. Ich bin ein Schatz. 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 die sind niemanden. Die Mutter sagte, der Außenwelt würde mit Ruffians und Thugs sein. Das sind Ruffians. Das sind, äh, ich weiß nicht. Rapunzel, Flynn, bleib zurück. Nein, ich will dir helfen. Ich weiß, aber ich bin mir Angst, dass du diese Leute mit einem Ruhigpann zu verhörst. Vertraue mir, Rapunzel, wir haben es im Griff. Careful ist mein zweiter Name. Geh mal ein dritter Name. Direkter Name nach Uff passen. Geil, wenn man so viel Luftkomba hat, dann feitet man halt einfach nur noch in der Luft. Das ist so gut. Und Raketenkampf. Nein, ich wollte noch Raketenkampf. Nicht die Plasmakanone, die ist so krank. Keiner mag die Plasmakanone. Das sieht auch einfach nicht. Wo sind sie? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir denn? Da sind wir doch. Und das Schild aufaktivieren. Er ist aber auch die ganze Zeit sonst wo, ne? Der Gegner. Also er filiputiert sich die ganze Zeit weg. Man ist gerade dran und er ist direkt wieder weg. Ich sag mal, so nervig ist es schon, ne? Er hat da richtig nervig, die Gegner. Mal gucken, ob das noch lang ist. Ja. Revanche, bitte. Revanche. Revanche Schlitzel. Bei uns. Revanche. Mh. Er packen. Einen. Vielen Dank.